Willkommen bei Biennial Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute mit der Community zusammen das Spiel Quickstop. Mit dabei ist heute 257, Niki Lucifalen, Mutti ist dabei, Asta Tober, Maddie Spike 01, Dave Rockefeller 21 ist mit dabei, Mogel Jojo ist mit dabei und ich denke, ich hoffe, ich habe soweit all meine Schlingel hier zusammen heute in diesem wunderbaren Let's Play. Und wir fangen an. Okay, I need to use the washroom. Okay, alles klar, wir sind hier vor einem Mart. Ja, da hat man aber auch wirklich, da hat man dem Grafiker wirklich eine Menge Geld, die eben irgendwie um diese Skyline zu kreieren. So, hallo, guter Mann. Mit dem, was für einen geilen Blick, Alter, ey, oh Mann, 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 Mann. So, wo ist denn hier dein, wo sind hier deine Örtlichkeiten? Was ist das hier? Das ist ein Bankautomat? Egal. Komm, oh, schön. Die Müheauslage. Ist hier die Toilette? Ah, hier ist die Toilette. Alles klar. I need to thank the employer to get back to... Alter, okay. Also die Texte sind relativ schnell durch. Wir gucken mal. So. So, wo ist der Angestellte? Hallo, Sir. Ich würde Ihnen gerne mal den Dank ausdrücken für die tollen Örtlichkeiten. Sie sollten mein Örtlichkeitsführer bemerkt werden. So, na gut, er ist nicht da. Dann sage einfach Dankeschön und gehe einfach raus. So, das ist mein Auto, das ist mein Auto hier. In der Dukerfene haben wir hier eine Lampe. Okay, okay. Okay, okay. Sind wir, wo sind wir und wann sind wir jetzt? Sind wir jetzt einfach nach Hause gefahren? Nee. Weil ich sehe hier, wie in der Straße noch ist mein Auto. Hey Mann, wo ist mein Auto? Okay, gut. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt in Schlumpfhausen oder zu Hause sind. Das ist auch scheißegal. Okay, wir gehen erstmal los. Hier stand ein Typ hinter der Häuserecke. Kann natürlich Benny gewesen sein, wer weiß. Der schon sehnsüchtig unsere Einkunft erwartet hat. So, soll ich jetzt hier unser Haus finden? Oder was ist denn meine To-Do? Ich habe okay Menü, ich habe gar nichts. Nichts. Ein wunderschöner Sonnenumgang. Vielleicht soll ich da hinten mal hinlaufen. Ist das unser Haus da hinten? Ich kann auch nicht springen. Ich kann auch nicht da hinlaufen. Ich kann nur auf der Straße bleiben. Eine unsichtbare Barriere hindert mich daran. Das ist toll. Schön. Ist auch wirklich echt. Also, überlegt man, ihr wohnt in so einem Dorf, Alter. So trister geht es kaum noch. Irgendwie. So, keiner hat einen Jarten. Jeder hat nur so eine 4x4-Butze irgendwie mit mischt. Kein Unterschied. Nicht mal andere Gardinen. Gar nichts. Das ist bitter. So, ich rufe jetzt hier einfach den Gang lang. Irgendwie. Ist das da oben Galgen? Das ist doch ein Galgen. Okay. Toll. Schön hier. Galgenhausen. Wunderbar. Großartig. So, na gut. Okay. Vielleicht besuchen wir unsere Eltern. Unsere Großmutter. Wer weiß. Sollen wir jetzt da wirklich hoch zu dem Galgen? Das war der Eigentümer? Von der Tankstein-Eigentümer. Okay, das war das Spiel. Okay, es war sehr quick. Es war Quickstop, ihr Lieben. Es war, was es war. Was soll ich sagen? Irgendwie. Wenn euch die Kürze dieses Videos gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo auf dem Kanal da. Und wir sehen uns zusammen mit der kompletten Community beim nächsten, hoffentlich etwas längeren Spiel wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.